Lalalala 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 So, hallo und herzlich willkommen Disney-Freunde zu einer neuen Folge in der Toy Story in Space-Welt wie gesagt ich hab jetzt hier das Ei noch von der letzten Folge und das gehen wir jetzt ausbrüten, bauen danach diesen Teleporter und dann schauen wir mal was wir für Aufgaben sonst so bekommen hier ist ja jede Menge zu tun so einmal hier absteigen bitte zack so Ei wird eingesaugt alles klar so Freunde, jetzt baue ich schnell den Teleporter wenn ich genug Geld habe sieht schlecht aus ich brauche 1000 Kristalle hab nur 700 ist das hässlich und hab nur 7 und dann noch was also wenn du das schaffen willst dann lass dir von Bulli helfen was muss ich schaffen also wenn du das schaffen willst dann lass dir von Bulli helfen aber was hast du eine Aufgabe für mich hast du eine Aufgabe für mich von der ich nichts weiß hä anschein nicht so andere Aufgabe machen du bitte erschaffe ein Gebäude das cool ist aber gern doch das meinte der nicht damit kann das sein das meinte der nicht damit achso Wand alles alles anpassen ah ok Rand und Akzent ha ok wo ist die nächste Aufgabe 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 da äh der Dackel aber da traf ich nicht Forschungsstationskisten müssen geöffnet werden hey nimm Bulli mit um Vorräte zu holen und komm schnell wieder dann merkt Star Command sicher dass er für die Kavallerie geeignet ist ja oh Gott ich tue was ich kann ich geb dir mein Wort ich geb alles ne denn 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 warum legt die das denn nicht ab von alleine zick Forschungsstationskisten müssen geöffnet werden zack Ach so, das war es schon. Oh gut, ich dachte schon. Noch eine, das hätte ich aber nicht geschafft jetzt in der Zeit. So, jetzt fehlen wir noch 46. Gut, machen wir auch die Bodenplatte fertig. Kein Problem. Hier ist die Batterie. Ach, hier geht es schon rein. Zack. Ich mach das mal eben hier alleine. Dann kann ich da bestimmt besser klettern. Oh Gott, die Dinger bewegen sich. Zack. 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 Bitte. Oh Gott. Juhu. Juhu. Gut, auch geschafft. Kriege ich jetzt Kristalle? Bitte. Danke. Teleporter, wo bist du? Da ist er. Zack. Teleporter wird gebaut, Rex. Hier ist es lustiger als mit einem ganzen Fass voller Affen. Es wäre von größtem Nutzen, den versteckten Eingang in den Klamottenladen zu finden. Okay. Nun, wenn es das ist, was du brauchst, dann... Versteckter Eingang im Klamottenladen. Okay, okay. 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 Krass. Stinke Pi's Hut. Hm. Da ist ja wohl cool, oder? Da kommst du doch von alleine gar nicht drauf, wenn du da hochspringst. Da denkst du dir doch gar nix bei. Geil. Hammergeil. So. Jawohl. Mach ich. Der Mega-Pixer-Ball ist jetzt erhältlich. Mit diesem Riesen-Ball richtest du einen Riesen-Chaos an. Und hast sofort Spaß in XXL. Warum werft ihr euch gegenseitig? Der will doch zum Käfer gemacht werden. Stepp-Stachel. Oh, ich bin so aufgeregt. Du wirst gleich teleportiert. Stell dich einfach auf die Teleporter-Platte. Die Quantenphysik erledigt dann den Rest. Was auch immer... Dein Pferd muss zu einer hohen Höhle geritten werden. So wurde es vorhergesehen. Datumare-Konfiguration wird durch eine Transportträger-Welle an einen anderen Ort gebranet. Genau. Kannst wie durch Zauberhandel von Platte zu Platte rein. Ja, voll. Ich dachte, zu so einer komischen Höhle muss das geritten werden, das Pferd. Ach, da hoch. Okay. Aber so komme ich da nicht hoch. Vielleicht von hier. Der zeigt mir an aufs Pferd. Okay. Habe ich begriffen. Es steht geschrieben, dass du dein Pferd zu einer hohen Höhle reiten wirst. Dafür muss ich erst einmal da rüberkommen, Freunde, würde ich sagen. Stopp, nicht so weit. Also ich glaube, hier bin ich schon mal falsch. Ja, gleich, bitte. Aber ich komme nur da mit dem Pferd nicht hoch. Kann ich von da oben nicht ein Pferd rufen? Ich gucke jetzt, ob ich von da oben ein Pferd rufen kann. Ich versuche das jetzt erst. Ich gucke jetzt, ob ich von da oben ein Pferd rufen kann. Die meinen bestimmt diese Höhle. Ja, aber wie soll ich denn da hin kommen? Naja, die meinen da hoch. Na, die ist schon klar. Ja, die bin ich. Ich gucke jetzt, ob ich von da oben ein Pferd rufen kann. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt teleportiere ich mich so lange, bis ich da oben bin. Es wird geschrieben, dass du dein Pferd zu einer hohen Höhle reiten wirst. Wo ist der Teleporter? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist der Teleporter? Wo ist der Teleporter? Hier einstellen. So wird's gemacht. Juhu! So, was haben wir denn jetzt hier noch so für Aufgaben offen? Zieh den Alien ein Käferkostüm an. Hab ich leider noch nicht. Tut mir leid. So, und die Forschungsbauteile sind da hinten. Achso, da. Wie komme ich denn da rüber? Oh, mit dem Teleporter? Ich möchte den Käfern kein Fremder. Finde meinen Freund. Bitte! Gleich. So. Ja. Hier sind wir richtig hin teleportiert. Finde ich gut. Das mit dem teleportieren finde ich jetzt mal eine geile Idee. Ja. 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 Jetzt wollte ich die Kapsel zurückspringen und hab's aber nicht geschafft. Oh Gott, Freunde. Zack. So. Bing. Zurg-Statue. Da ist eine grüne Kapsel. Da ist eine grüne Kapsel. Komme ich da hin? Ja. Aja, 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 aja. Und... Oh Gott. Epp. Ey, halt dich doch da fest. Warum? Und hepp und hepp und hepp. Hi. Okay. Was haben wir denn hier noch? So, hier ist ein kleines Holzken. Da oben ist eine Kapsel. Jo. Zack. Auch... Ah, guckt mal hier, Freunde. Jawohl. Endlich. Katsching. Reite wieder Wind auf Bullis Doppelgänger. Jawohl. So, hier die ganzen Golddinger einsammeln. Ganz klar. Gut. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh Gott. Da hinten war eine Kiste. Versteckt. Komme ich, glaube ich, von hier hin. Hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf und zack und zack. So. Katsching. Vier. Einer. Ah, grüne Kapsel. Stopp. Toy Stories. Alien Bewohner. Stadtbewohner. Paket war das. Das war Wasser. Ey. Warum ist die Kapsel da unten, dass man ins Wasser fallen muss? Da muss da irgendwas Bestimmtes drin sein. Jetzt müsste man auch nur noch treffen können, dann wäre das noch besser. Kleidung, Trixie. Ah ja. Okay. Ja, ja, gut. Man muss ja alles sammeln, ja Freunde. Deswegen ist das nicht so schlimm gewesen jetzt. Zack. So, hier noch die rote Kapsel einsammeln mitnehmen. Trixies Mütze und das Ding bewerfen wir von hier hinten. Ja. Ja. Zack, genau so wird es gemacht. Jawohl. So. So, Freunde, guck dich da an. Wir waren Level 15. So, Forschungsstation können wir dann auch bauen, Freunde. Das machen wir dann aber alles. Nicht, wenn wir ins Wasser springen, sondern in der nächsten Folge. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Ich sage danke fürs Anschauen, Zuhören. Alles andere auch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich frage mich, was ist das?